Ja hallo, in diesem Video möchte es euch zeigen, wie man die Funktion Sinus mal Cosinus noch alternativ integrieren kann. Ich habe ja im letzten Video, wo ich die partielle Integration erklärt habe, unter anderem Sinus mal Cosinus als Beispiel genommen, um mal zu zeigen, wie man das mit der partiellen Integration lösen kann. Dann, diesmal möchte es euch ein alternatives Verfahren zeigen, was nämlich einfach auf Anwendung bestimmter Formeln beruht, die alle mit Trigonometrie zu tun haben. Ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Also unser Problem ist, wir haben Sinus mal Cosinus und dann dx, klar, und wollen das Integral bilden. Sprich, wir wollen die Stammfunktion finden und das wollen wir jetzt ohne partielle Integration machen. Und dazu brauchen wir die erste Formel, nämlich die sogenannte Doppelwinkelfunktion des Sinus. Das ist eine Formel, die habt ihr entweder am Kopf oder die könnt ihr in der Formelsammlung nachschlagen. Die lautet, dass wenn man den Sinus von 2 mal x bildet, also 2 mal den Winkel, dann ist das gerade mal 2 mal der Sinus mal der Cosinus von x. Das können wir durch 2 teilen und dann fällt die 2 hier weg. Wir kriegen Sinus x mal Cosinus x und auf der anderen Seite haben wir dann 1 halb mal Sinus von 2x einfach nur umgestellt und haben damit auch schon eine Umformung gefunden, mit der wir Sinus mal Cosinus einfach im Integral ersetzen können. Also wir ersetzen Sinus mal Cosinus durch 1 halb mal Sinus von 2x. Bilden davon das Integral, klar. Als nächstes können wir auch schon das Integral auflösen, denn wir haben hier 1 halb, einen Faktor, den können wir beim Integrieren auch außen vor lassen. Der ist nicht wichtig, den schleppen wir einfach nur mit. Und dann haben wir Sinus von 2x und wie können wir davon die Stammfunktion finden oder eine Stammfunktion? Naja, wir sehen ganz offensichtlich, wir haben eine äußere Funktion, das ist der Sinus in dem Fall. Wir haben eine innere Funktion, das ist 2 mal x und das Wichtige dabei ist, dass die innere Funktion 2x linear ist. Und wenn die innere Funktion linear ist, dann können wir hier die Integrationsregel anwenden. Wenn wir mx plus b haben, eine lineare Funktion, als innere Funktion, davon eine äußere Funktion f nehmen und das integrieren, dann ist das gerade mal die Regel, dass wir von der äußeren Funktion die Stammfunktion nehmen, also groß f vom ganzen linearen Term da drin und dann noch durch diese innere Ableitung teilen müssen. Also das Integral von f von mx plus b dx ist gerade 1 durch m mal F von mx plus b. In dem Fall bilden wir vom Sinus die Stammfunktion, die solltet ihr kennen, das ist der Minus-Cosinus, dass der innere Teil bleibt erhalten, 2x. Und jetzt müssen wir noch durch die innere Ableitung teilen. Die innere Ableitung von 2x ist 2, also sagen wir durch 2 beziehungsweise mal 1 halb. So, dann haben wir 1 halb mal 1 halb mal minus Cosinus von 2x. Als nächstes sind das wieder nur Umformungsschritte, wir können das Minus ganz nach vorne packen, das macht man ja üblicherweise, 1 halb mal 1 halb, klar, können wir zu 1 viertel zusammenpassen, dann haben wir minus 1 viertel mal der Cosinus von 2x. Als nächstes, also um ganz ehrlich zu sein, an der Stelle könnte man natürlich schon aufhören und sagen, ja, wir haben eine Stammfunktion gefunden, wenn man hier noch plus c, plus die Konstante dranhängt, aber im letzten Video haben wir ja gezeigt, dass da am Ende ein Viertel mal Sinus Quadrat von x rauskommt und das möchte es euch zeigen, dass das genau das Gleiche ist, dass das eine gleiche Umformung ist. Ja, dazu benutzen wir als nächstes die Doppelwinkelfunktion des Cosinus, die einfach sagt, dass wenn wir den Cosinus von 2x bilden, dass gerade einfach der Cosinus x zum Quadrat minus der Sinus von x zum Quadrat ist. Das können wir auch wieder setzen, Cosinus von 2x einfach durch Cosinus Quadrat von x minus Sinus Quadrat von x. An der Stelle noch den Hinweis, das bedeutet einfach nur, dass man den gesamten Ausdruck Cosinus ins Quadrat setzt, also man quadriert den Cosinus, aber man hat es darauf geeinigt, dass man der Einfachheit halber den Exponenten direkt hinter dem Sinuszeißen oder beziehungsweise dem Cosinuszeißen setzt. Gut, dann haben wir minus ein Viertel, bleibt erhalten, mal das. Und dann kommt auch schon die letzte Umformung, die da nämlich lautet, beziehungsweise die letzte Formel, nämlich der trigonometrische Pythagoras, der besagt, dass wenn wir den Sinus ins Quadrat bilden und dann noch den Cosinus ins Quadrat bilden, das addieren, dann kommt da gerade 1 raus, also Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist immer 1. Das können wir nach Cosinus Quadrat umstellen, müssen wir einfach nur auf beiden Seiten minus den Sinus Quadrat bilden, dann haben wir Cosinus Quadrat ist 1 minus Sinus Quadrat. Das können wir ersetzen, also wir ersetzen Cosinus Quadrat in unserem Term durch 1 minus Sinus Quadrat. Dann kriegen wir minus ein Viertel mal Cosinus Quadrat ist 1 minus Sinus Quadrat. Minus Sinus Quadrat, was hier stehen bleibt, wird übernommen. Und die letzten Schritte bestehen darin, naja, minus Sinus Quadrat, minus Sinus Quadrat können wir zu minus 2 mal Sinus Quadrat zusammenfassen. Und zu aller guter Letzt können wir auch noch ausmultiplizieren, also 1 Viertel mal 1, minus 1 Viertel mal 1 ist minus 1 Viertel, minus 1 Viertel mal minus 2 ist plus 1 Halb und dann mal Sinus Quadrat von x. Ja, jetzt kommt natürlich so diese spannende Frage. Wir haben herausgefunden im letzten Video, dass die Stammfunktion 1 Halb mal Sinus Quadrat von x ist. Und hier haben wir auf einmal heraus 1 Halb mal Sinus Quadrat von x minus 1 Viertel. Hm, das ist doch nichts das Gleiche, könnte man denken, aber nur auf den ersten Blick. Weil bei der Integration, da hat man ja eine ganze Menge an Stammfunktionen, weil es ja tausende Funktionen gibt, die abgeleitet eine bestimmte vorgegebene Funktion ergeben. Und das macht man ja mit der sogenannten Integrationskonstanten deutlich, indem man einfach hinterher noch plus c anfügt als eine Integrationskonstante. c ist irgendeine Konstante, denn wenn man ableitet, fallen Konstanten ja weg, zumindest additive Konstanten. Und das heißt, wenn wir hier eine Konstante ranfügen, dann ist ja eine Konstante minus 1 Viertel ja wieder irgendeine andere Konstante. Und deswegen kann man beim Integrieren konstante Summanden einfach vernachlässigen und können die minus 1 Viertel in unserem Fall, wo wir integrieren wollen, einfach weglassen und kommen wieder zum gleichen Ergebnis 1 Halb mal Sinus Quadrat von x plus c. Ja, ich hoffe, ihr habt das so einigermaßen gut verstanden. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, welchen Weg der Integration ihr einfacher findet in dem Fall, ob jetzt diesen Weg mit vielen verschiedenen Formeln oder ob ihr die partielle Integration anwendet. Naja, es ist jedenfalls, es kann hilfreich sein, in der Mathematik oft mehrere Wege zu kennen und deswegen lade es auch mal ganz gerne, wenn es halt passt, mal verschiedene Wege hoch, wie man irgendein bestimmtes Problem lösen kann. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Dann sage ich es mal, macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und ciao! football fl restart football football football